Aber wir tun, was wir können! Hmm... Ich muss hier auch gerne mal etwas genauer anschauen hier. Könnte sein, dass hier auch so mal was rumliegt, wie dieser Rucksack da zum Beispiel. Was haben wir hier? Etwas, das ich sehr benötige, vielen Dank! So, was haben wir in der letzten dieser von diesen drei Hütten? Wieder nur so ein dünneres Wetter. Aber wenigstens finden wir mal was. Gewicht... wie viel? 23 Kilo bereits. Ich frage mich, wo die herkommen. Wir haben eigentlich gar nichts gefunden. Hallo Plastikcontainer! Hallo leere Plastikcontainer! Auf Wiedersehen leere Plastikcontainer! gelaere Plastikcontainer! Na, gucken wir uns doch nochmal schnell diesen Sweater an. Der hat plus 8 Der hat plus 5 Dann nehmen wir ihn natürlich Das war in den beiden Waren wir jetzt in den beiden oder in den zwei da vorne? Haben wir gerade etwas die Orientierung verloren Ne Ne, der Kabine waren wir noch nicht Aber ich nehme jetzt erstmal lieber die Häuser Und dann müssen wir auch schon wieder bald auf die Uhr schauen Und eine Abrechnung machen was hängen geblieben ist von dem Tag Ich glaube wir haben Ich glaube wir haben so viel Kilo Weil wir hier mit Konserven zugeballert sind bis zum Anschlag Zustand gut Temperaturen sehr gut Naja, fast warm Unsere Kleidung hält 5 ab und wir halten plus 3 Wind Also wir haben gerade mal ein minus 1 wegen dem Wind Also nur minus 5 habe ich eigentlich Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen Ja, also über das Wetter können wir uns eigentlich überhaupt nicht beschweren Wir sind zwar da in den Sturm reingelatscht Aber Ging ja noch Workboots Na die werde ich doch umgehend unter die Lupe nehmen Wir tragen jetzt die Basic Boots mit plus 1 Und die Workboots Und die Workboots sind nicht sehr viel anders Boah Ne Moment Basic Boots Plus 0,4 Öh, na na halt doch Alter, habe ich heute einen Knicken der Optik oder was So Okay Laternsprit Wir haben sehr viele Tinderplugs und Zeitungen und Woodmatches auf dieser Tour gefunden Ich glaube das Spiel will uns sagen dass wir Feuer machen sollen So Wölfe Ja Also eine Hütte haben wir hier noch So Lass mich raten In der letzten In der letzten Ecke In der letzten Hütte finden wir jetzt was was wir gut gebrauchen können Das Hunde-Futter-Flair Okay Nochmal Laternenöl So Da ist jetzt was drin Ich weiß es genau Ich weiß es genau Ich mach den Beschwörungstanz dass da jetzt Munition drin ist Oder wahlweise nichts Story of my life Okay Food here Na das hat ja einen Mordszustand dieses Hundefutter So haben wir noch was zu trinken Kondensmilch Boah Das gibt 750 Kalorien Donnerwetter So Gefällt mir sehr gut Uhrzeit 16 16 Uhr So Dann gucken wir mal ob wir von dem Bäumchen hier vielleicht was weggerissen bekommen Minus 7 Grad Das war eigentlich super Komm Baby Try out Na 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 Tinderplug Und das Wetter schwenkt um Ja 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 Oh, oh. Oh, oh. Und wie das Wetter umschwingt. Und ich glaube, ich bin dem Begriff nicht zu verlaufen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Feierlock. Gut. Feierlock 23%. Wir nehmen einen. Ach, können wir das auch benutzen? Naja. Ne, wir nehmen hier den Starter. Ach ja, der Feierlock bringt ja 2 Stunden. Feierlock war ja saugeil. Feierlocken. Ne, dann verwende ich ihn doch jetzt. Und mir überlegt, ob ich ihn eventuell aufsparen sollte. Aber ne. Schmelzen wir erstmal 2 Liter Wasser ein. Das können wir über die Tabletten, die wir haben, klar machen. So, dann brutzeln wir uns das Zeug weg. So, das dürfte das letzte sein. Ja, wir haben noch 16 Minuten. Ein Reclaimed hauen wir uns noch rein. Schmelzen noch einen Liter. Und kochen den Liter gleich noch ab. So, gehen wir zu dem Reclaimed, den Newspaper Print, zu mir. Ja. Ja. Ähm, ja. Wie war denn jetzt das nochmal mit diesen... Mit diesen Tabletten. Die muss ich usen, ne? Jo. Eine. Ach ja, ich mache ja jedes Mal einen ganzen... Einen ganzen Liter pro Tablett, stimmt ja. Gut, machen wir nochmal. Okay. Dann bleiben die zwei... ...kommen hier rein. Dann lege mal... ...vier Painkiller zur Seite. Und das ist ja zu groß. Hier wollte ich nicht. Hier wollte ich auch nicht. Ich wollte hier... Ich wollte hier... ...das Scrap Metal reinmachen. Aus den Prints mache ich jetzt gleich noch Tindas. ...Tools. Jo, da haben wir jede Menge. Vor allem diese sauschwere Preybar, die wir mit uns rumschleppen. Hier hatte ich... ...das. Flare. 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 Ah, da habe ich die ganze Laterne drin. Okay. Weitere Wood Matches. So. Die auch alle rein. Die auch alle rein. Die alle rein. Für die Preybar. Ist da... ...auch noch Platz? Möchte ich hier aber nicht rein haben. Ich nehme mir die Laterne raus. Tools. Reveal. Reveal. So. Und die kann jetzt rein. Ja gut, dann machen wir die Preybar halt auch rein. Immer noch 26 Kilo. Ja, wir haben jede Menge Food am Leib, ne? So. Food and Drink. Und wir haben die Peanut Butter durch. Und dann... ...trinken wir mal. Der dringt jetzt da vorne weg 0,8, 0,9 Liter Wasser. Hm. So. So, jetzt sind wir ja eigentlich wieder ganz gut... ...beisammen. 21 Uhr. Okay. Wo ist das Gewicht, das wir mit uns rumschleppen? Das kommt nach oben. Wird wohl das hier sein, ja? Gut. Ne, das war's nicht. Ah! Dunkel. So. So. Sind's die paar Klamotten. Das Holz haben wir auch abgelegt. Ähm. Boots. Und. Okay. Und... Und das rein. Und das rein. Und... das rein. Und... Das weg. Eigentlich haben wir ja ein bisschen was an Klamotten gefunden. Nur nichts Doldes. So, dann Harvesten wir mal im Dunkeln. Ich frage mich gerade ernsthaft, warum ich die Klamotten weggelegt habe. Die wollte ich direkt noch Harvesten. Ich bin doch echt nur noch fit. Fünf Newspaper und fünf mal vier Tinten. Wie lange brauche ich denn dafür? Der dafür jetzt? Ich mache mal nur zwei. Ah ne, das geht. Das brauche ich nicht lange. Boah. Gut. Okay. Wir sind bei 65% Condition. Jetzt sind wir auch etwas müde. Dann gehen wir jetzt schlafen. Vier Stunden, dann trinken, dann noch mal schlafen und dann sind wir wahrscheinlich wieder fit. Ja, dann jetzt noch mal drei Stunden und dann ist der zweite Tag vorbei. Wir müssen noch mal züffeln. Ja, pf. Und so endet der zweite Tag. Tag. Bu Michaelsp Cynthia. Ja, und so endet, Bir